Ich unterstütze Simone Lange in ihrer Kandidatur zur Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg, weil sie gezeigt hat, dass sie sich zum einen sehr stark für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Stadt einsetzt. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sie immer wieder auch Gespräche mit den Leuten sucht. Sehr stark beeindruckt hat mich ihre Initiatorin der Flüchtlingshilfe am Flensburger Bahnhof, die sehr würdevoll abgelaufen ist. Die Flüchtlinge, die zu uns kamen, bekamen ein kleines bisschen Heimat, ein kleines bisschen Unterstützung, auch dank Simone Lange. Ich glaube, wenn sie als Oberbürgermeisterin hier tätig ist, wird sie viel, viel dazu beitragen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Flensburg gut geht.